Ja, und tschüss. Hi, wie geht's, Belfen? Na toll. Wow, klasse Schuhe. Clarence, verzieh dich, das ist heftig hier. Willst du mitkommen und dir den Crash bei Sumo anschauen? Was? Nein! Vergiss es, der Crash ist für Babys. Unsinn, das sind Kämpfer. Ja, hast du mal ihre Muckis gesehen? Warum sollte ich? Ich hab Besseres zu tun. Ich werde der Erste sein, der den Samurai Slug 4 besiegt. Nimpomo hat bis jetzt nur eine Beta-Version veröffentlicht. Die musste ich extra in Japan bestellen. Was? Extra in Japan? Das alte Teil? Ups. Haha, klasse Mann. Nein, mein Spiel! Clarence, du, du Esel, das war ein kleines Vermögen. Oh, tschuldige Belfen, ich bin eben ein Riesentollpatsch. Komm jetzt, Clarence, gehen wir. Der Crash fängt nämlich bald an. Nichts da! Du gehst nirgendwo hin, bis ich hier mein Spiel wieder habe. Okay. Ähm. Ich komm nicht ran. Schätze, das ist für immer weg. Aha, du bist so eine Null! Vorwärts, ihr Tortle, es ist hier unten. Hey, Sumo, wie sieht's denn da unten aus? Oh, wow. Ja, wow. Mein Dad hat dieses Tunnelsystem gebaut. Da ist der Eingang. Du musst jetzt nur da reingehen, das Spiel finden und das mir wieder bringen. Jetzt hol's. Okay. Bleib da, Clarence. Geh da nicht rein. Du wirst dich verirren, Mann. Ich hab mal gehört, dass man Scorbut kriegt, wenn man in den Tunneln... Danke, Sumo. Aber ich kann meinen besten Freund Bersen nicht hängen lassen. Ach, das ist stockdunkel. Tut mir leid, Bersen. Ach, dann such ich's eben selber. Bis später, ihr Knallköpfe. Okay, viel Glück, Bersen. Bis bald, Kumpel. Du schuldest mir 200 Dollar und 38 Cent. Plus den Versandkosten. Du wirst ne ganze Weile brauchen, um das zu verdienen. Also gib lieber Gas. Zisch ab. Zisch ab. Zisch ab. Wetten, den sehen wir nie wieder. Äh, äh, äh. Der wird sein Spiel finden und ist gleich wieder da. Stimmt, Bersen? Stimmt, Bersen? Stimmt, Bersen? Wollen wir uns den Kampf ansehen? Oh Mann, wie wär denn dein Wrestler-Name? Ich wäre die Kurbelwelle. Und meine wär Käpt'n Kralle. Blöder Clarence, warum bist du nur geboren worden? Das nervt. Oh Mann, ist das bescheuert. Mal sehen. Ich weiß, das Spiel ist hier irgendwo runtergedannert. Oh Mann, ich hätt' nicht hier runterkommen sollen. Ich muss schon. Oh nein, nicht auf. Oh, das erzielt einen guten Preis bei I.B. An der Leiter bin ich doch schon mal vorbeigelatscht. Oh, nein, 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 nein. Komm schon, bitte geh an. Oh Mann. Hallo? Wer ist da? Clarence? Sumo? Das ist nicht witzig, ihr Idioten. Der große Moment ist endlich da. Hier ist der Schnapp. Sumo, es geht los. Der Main-Gag fordert den Klempner heraus. Wird er auch auftauchen? Und, wenn der Klempner jetzt nicht rauskommt, ist er nichts anderes als ein altes feiges Huhn. Backbock! Heiliger Möhrfack! Ein Eisenrohr ist auf den Ringrichter gefallen. Oh, da ist der Klempner. Mach dich auf den Schraubenschlüssel gefasst. Hast du nichts anderes zu sagen? Oh nein, Männchen. Pass auf, was du dir wünschst. Der macht den Platz. Seh ich auch so. Komm schon, Mann. Was ist passiert? Erinnerst du dich an die guten Zeiten? Was ist aus ihnen geworden, Kumpel? Cancun, die Bahamas, die Höhlenwanderungen in Südfrankreich. Aber dann hast du mich im Dunkeln stehen lassen. Ich war ganz allein. Belfen. Die sollen endlich anfangen. Weißt du, in meinem Leben ging es ziemlich turbulent zu. Ist ja gut. Komm her. Lass es raus. Das darf doch nicht wahr sein. Hey, keine Drücker. Heiliger Mönsack. Wow, eine schöne Partie. Und fertig. Jumo, meinst du, dass Belfen sein Spiel gefunden hat? Vergiss es. Seine Batterie ist wahrscheinlich leer und er hat sich verirrt. Oder er wurde gefressen. Von einem radioaktiven, riesigen Gürteltier. Oder er ist das? Ja.